also dann 632 gramm für das 2020 fit ocean flight 100% carbon paddel das ist hier mit der medium blade und in die silver edition es gibt auch mit blumen so eine hibiscus edition hat unten einmal den verstell also der clip und auch der pin das heißt wenn auf dem wasser hier das löst dann löse ich nicht das ganze untere teil dann der pin bleibt noch da wie bei der Nash dann hier oben hat es dir noch einmal eine clip für die verstellung von der länge und auch das paddel hat hier so ein slits dass man das verstellt dass sich da nichts verdreht und in die griff da gibt es hier auch noch mal kurz die version mit den hibiscus blumen also 100% gleicher paddel gleicher blattgröße einfach ein anderer print